Anerkennung baut Brücken im europäischen Hochschulraum und ist ein wichtiger Baustein für studentische Mobilität. Sie erleichtert den Wechsel zwischen Hochschulen und Studiengängen. Sie verhindert, dass Kompetenzen mehrfach nachgewiesen werden müssen. Sie unterstützt lebenslanges Lernen und individuelle Bildungsbiografien. Das ist gut für die Studierenden und nützt der Gesellschaft als Ganzes. Während es bei der Anrechnung um außerhochschulisch erworbene Leistungen geht, befasst sich Anerkennung mit Hochschulleistungen. Dazu gehören temporäre Auslandsaufenthalte, Hochschul- oder Studiengangwechsel und auch ausländische Schul- oder Hochschulabschlüsse. Die rechtliche Grundlage für Anerkennungen bilden die Lissabon-Konvention, die 2007 in nationales Recht umgesetzt wurde und die Landeshochschul-Gesetze. Daneben gibt es noch weitere Rechtsgrundlagen wie das Verwaltungsrecht und Akkreditierungsvorgaben. Einige allgemeine Verwaltungsgrundsätze gelten auch hier. Der Antragsteller muss mitwirken, die Verfahren müssen in angemessenen Fristen abgeschlossen werden und jede Entscheidung muss begründet werden. Dazu kommen zwei wichtige Ergänzungen. Die Beweislastumkehr und das Bewertungskriterium des wesentlichen Unterschieds. Die Beweislast liegt nun bei der Hochschule, an der der Antrag gestellt wurde und nicht mehr bei dem oder der Antragstellerin. Der wesentliche Unterschied bezieht sich auf fünf Kriterien, die für die erfolgreiche Fortsetzung oder Aufnahme des Studiums entscheidend sind. Die Qualität der Institution, die Lernergebnisse, das Studienniveau, das Profil der Studienprogramme und der Workload. Mehr Infos zum wesentlichen Unterschied gibt es in unserem Film zur inhaltlichen Prüfung. Die genaue Umsetzung der Anerkennung wird in den Prüfungsordnungen festgehalten, am besten einheitlich für die ganze Hochschule. Bei der Erstellung dieser Regelungen sollten alle beteiligten Akteure eingebunden werden. Anerkennungen erleichtern das Umsteigen im Bildungssystem und die Auslandsmobilität. Damit sind sie nicht nur bloße Verwaltungsakte, sondern bilden einen Beitrag zu Frieden, Freiheit und Vielfalt in der Welt.